Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video und dem ersten Video zu der Marke Color Freedom. Die Maria Nila-Reihe neigt sich ja jetzt so langsam dem Ende zu und deswegen habe ich mir gedacht, ich fange schon mal mit Color Freedom an. Ich werde euch heute in diesem Video aber noch keine Farben zeigen, das kommt dann erst demnächst. Es ist eher so eine allgemeine Einführung. Ich werde über die Marke Allgemein sprechen, über die Inhaltsstoffe, den Pastelizer werde ich allerdings schon mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Wir sprechen über Preise, Inhalt, was kommt alles mit so einer Tube, wenn man sich die kauft, Farbvielfalt und alles mögliche einfach mal so ganz allgemein zu diesem Thema, bevor wir auf die einzelnen Farben eingehen. Also ich werde dann demnächst, genau wie bei den Maria Nila-Farben oder bei den Directions-Farben, jede einzelne Farbe unter die Lupe nehmen. Ich werde euch dann zeigen, wie sieht die frisch getönt aus, wie lange ist die haltbar, wie wäscht sie sich aus, wie verhält sie sich auf blondiertem Haar, wie verhält sie sich auf unblondiertem Haar. Und eben, wie ihr es gewohnt seid, alle möglichen Infos zu diesem Thema. Ja, was ist das überhaupt, Color Freedom? Also ich habe natürlich die ganzen Farben schon hier, logischerweise. Ich habe sie ja schon ausprobiert. Und zwar gehören die zu der Marke Knight & Wilson. Die Reihe heißt Color Freedom eben. Und es sind, das sind halt, ne, bunte Haartönungen, die ohne chemischen Prozess funktionieren. Also es sind Direktzieher. Die sind so, wie man sie hier in der Tube hat, gebrauchsfertig. Das heißt, man braucht kein H2O2. Es ist keine chemische Haarfarbe. Es ist eine bunte Tönung, die sich wieder auswaschen lässt. Die gibt es bei Rossmann und die kosten 7,99 Euro. Das sind 150 Milliliter. Es ist ja keine deutsche Firma. Ich weiß gar nicht mehr, war es jetzt englisch oder amerikanisch. Auf jeden Fall nicht deutsch. Und Rossmann hat halt ein paar dieser Farben jetzt im Sortiment. Leider nicht alle. Es sind ein paar mehr Farben, wie man hier auch auf der Verpackung sehen kann. Aber nicht alle davon gibt es bei Rossmann. Ich weiß nicht, ob die vorhaben nach und nach mal ein bisschen aufzurüsten. Ob die die restlichen Farben dann auch ins Sortiment nehmen. Ich denke, die wollen jetzt erstmal gucken, wie es läuft. Da gibt es übrigens nicht nur direkt ziehende Tönungen von, sondern auch richtige Haarfarben, die dann auch chemisch wirken. Auch die habe ich hier, zumindest ein paar. Die werde ich euch demnächst dann auch mal vorstellen. Aber wir fangen erstmal mit diesen bunten Tönungen an. Als ich die Marke entdeckt hatte, da hatte ich natürlich sofort überlegt, die vorzustellen für euch. Und da musste ich natürlich erstmal schauen, sind die überhaupt tierversuchsfrei und vegan. Ich kannte die Marke natürlich vorher noch nicht. Da habe ich mir gedacht, das Einfachste ist ja beim deutschen Kundenservice anzufragen. Und das habe ich dann über Facebook gemacht, über die deutsche Facebook-Seite. Und da kann ich euch sagen, hatte ich unendlich Spaß mit dem Kundenservice. Ich hatte einen Tweet gefunden von 2016, wo sie halt meinten, dass die Produkte vegan waren. Aber das war halt schon ein bisschen länger her. Und ich wollte das einfach mal, ja, für der Vollständigkeit halber nochmal gewusst haben. Ob die immer noch vegan sind, kann sich ja jederzeit was ändern. Ich habe mich hier weggeschmissen. Unsere Produkte sind nicht vegan, aber vegan freundlich. Allerdings führt der englische Hersteller keinerlei Tierversuche durch. Mit dieser Information konnte ich gar nichts anfangen. Also unsere Produkte sind nicht vegan, aber vegan freundlich. Also entweder ist ein Produkt vegan und somit vegan freundlich. Oder es ist nicht vegan und damit nicht vegan freundlich. Wie kann etwas nicht vegan sein, aber vegan freundlich? Das entzieht sich für mich wirklich jeder Logik. Ich wusste nicht, was die mir damit sagen wollte, deswegen habe ich nochmal genau nachgefragt. Und damit meinten die halt, vegan freundlich bedeutet, dass so wenig tierische Inhaltsstoffe verwendet werden, möglich. Das bringt mir jetzt aber nicht viel als Veganer, sondern ich will nur Produkte verwenden, die keine tierische Inhaltsstoffe enthalten. Ich finde das dann so ein bisschen irreführend, wenn die dann sagen, ja, vegan freundlich. Weil viele, glaube ich, denken dann automatisch, es würde vegan bedeuten. Also falls ihr mal irgendwie bei irgendwelchen Kosmetikbrands anfragt oder auf der Seite von denen stehen seht, dass da vegan friendly steht oder vegan freundlich, dann fragt lieber nochmal nach, ob da tierische Inhaltsstoffe enthalten sind. Denn ihr seht ja, das kann im Grunde alles heißen. Also da musste ich dann nochmal genau nachfragen und das wusste sie dann auch nicht. Da musste sie nochmal beim Konzern nachfragen und das hat dann auch mega lange gedauert. Und das war mir dann auch irgendwie zu blöd, da habe ich dann den Konzern selbst angeschrieben auf Englisch. Und da haben sie mir dann zurückgeschrieben, dass es zwei Produkte gibt, die nicht vegan sind, die nämlich Bienenwachs enthalten. Das ist, falls euch das interessiert, das Cream Bleach. Also ich denke mal, das wird eine Blondierung sein, hört sich so an. Und das Style Freedom Cannot Texture, hört sich nach einem Stylingprodukt an. Diese zwei Produkte gibt es allerdings nicht in Deutschland. Alle anderen Produkte sind vegan, haben sie mir gesagt. Wenn wir jetzt mal auf die Verpackung eingehen, da steht vorne einfach nur Night & Wilson Color Freedom. Ultra Vibrant auswaschbare Haartöne mit Shearbutter und Arganöl. Dann der Name der Farbe, XL Größe für mehrere Anwendungen, 150ml Professional Formula. Wenn man das Ganze einmal rumdreht, sieht man hier die Farben. Die es eigentlich offiziell alles gibt. Das Problem ist, dass nicht jede Farbe davon bei Rossmann verfügbar ist. Es wird vielleicht nach und nach nochmal die ein oder andere Farbe dazukommen. Dann werde ich diese auch nochmal vorstellen. Aber momentan kann ich nur die vorstellen, die auch bei Rossmann verkauft werden. Von den Farben her muss ich sagen, es ist eine Standardauswahl. Da haut mich jetzt keine wirklich vom Hocker, außer Stormy Gray und Misty Gray. Die würden mich schon sehr reizen. Ansonsten, ja, es ist halt ein Rot, ein Pink, ein Lila, ein Blau. Da haut mich jetzt nichts groß vom Hocker. Die Farben finde ich jetzt hier auch sehr schlecht dargestellt. Das sieht so ein bisschen aus wie mit Paint gemacht. Man kriegt keinen, ja wirklich realistischen Eindruck, wie es letztendlich auf dem Haar aussieht. Dann hier unten befindet sich ein Sicherheitshinweis. Was halt immer so draufsteht, ne? Also kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ungeeignet für Personen unter 16 Jahren. Temporäre Tattoos aus schwarzem Henna können das Risiko allergischer Reaktionen erhöhen. Färben sie ihr Haar nicht, wenn sie einen Ausschlag im Gesicht oder eine empfindliche, gereizte und beschädigte Kopfhaut haben. Und so weiter, ne? Typischen Sicherheitshinweise. Auf der Rückseite befindet sich ein langer Text. Color Freedom ist eine Serie semi-permanenter, kreativer Farben, die aufgehelltem Haar eine elektrisierende Dynamik geben oder bei natürlichem, blonden Haar für dezentere Töne sorgen. Mit der einzigartigen, professionellen Formel dringt die Farbe besser ein und sorgt für wunderschön gleichmäßige, strahlende Ergebnisse. Die 6 bis 10 Haarwäschen halten. Sie eignen sich perfekt für die Anwendung auf dem gesamten Haar oder für Effekte wie Strähnen, Dip-Dye oder Ombre. Zaubern sie herrliche, sanfte Pastelle-Effekte, indem sie zusätzlich Color Freedom Pastelizer verwenden. Kombinieren sie nach Lust und Laune, spielen sie mit den Farben, um ihren persönlichen Stil zu finden. Ja, ansonsten steht halt nur noch dabei, dass es halt ohne Peroxid und scharfe Chemikalien ist, dass es Scherbutter und Arganöl enthält. Ja, dann noch der Packungsinhalt, eine 150ml Tube, eine dicke Gebrauchsanleitung, die ich euch auch gerne mal abfotografieren kann und dann auf meinem Blog posten kann. Den Link dazu findet ihr in der Infobox und ein paar Einmal-Handschuhe. Dann auf der anderen Seite befindet sich ein Beispiel, wie das Ganze aussehen würde. Mit aufgehellten Haaren, wie das dann pur aussehen würde. Darunter, wenn man naturblonde Haare hat, wobei das natürlich jetzt auch ein sehr helles Naturblond ist, wie man sieht. Darunter eben aufgehellt und Naturblond, wenn man das mit einem Pastelleffekt machen würde, mit dem Pastelleiser. Das ist halt wieder so eine Paint-Geschichte. Man kriegt kein sehr authentisches Bild davon, wie die Farbe letztendlich aussieht. Gerade bei den Pastellfarben, das ist so schlecht dargestellt. Aber naja, so um eine grobe Vorstellung zu kriegen, reicht. Auf der Tube befindet sich eigentlich nichts Großartiges, außer nochmal ein Anwendungshinweis und ein Sicherheitshinweis. Die Konsistenz ist meiner Meinung nach etwas flüssiger als jetzt zum Beispiel bei Directions, was ich aber nicht so schlimm finde. Es lässt sich sehr gut auftragen. Ich habe da jetzt persönlich nichts gegen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu fest ist, zu flüssig ist. Ich komme zwar mit der Konsistenz von Directions klar, ich finde aber auch die in Ordnung. Allerdings finde ich, dass die Tönung so ein kleines bisschen zu sehr nach Parfum riecht. Ich bin aber auch sehr empfindlich. Also es hat schon so einen Cure-Touch, aber so eine stark parfümierte Cure. Also das ist jetzt meiner Meinung nach ein bisschen zu heftig, aber es geht gerade noch. Wie viele Farben es wirklich gibt, ist für mich jetzt ein bisschen undurchsichtig. Also hier auf dieser Verpackung sind ja alle drauf. Das sind insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rossmann selbst hat aber eben nicht alle davon. Ich habe jetzt 2, 4, 6 bunte Farben hier. Dann habe ich noch 3 solcher Pastellfarben hier. Und von den oxidativen Farben habe ich 2 hiervon da. Und von den oxidativen Farben gibt es zum Beispiel insgesamt 7 Stück eigentlich. Sieht man jetzt nicht so gut, sind alles ziemlich dunkle Töne, aber die stelle ich euch später dann sowieso vor. Okay, hier zum Beispiel stehen die Pastelltöne. Hier die. Auch gar nicht drauf. Also wer weiß letztendlich, wie viele Farben die wirklich haben. Keine Ahnung. Also hier stehen eigentlich nur die bunten Töne drauf, bis auf... Hier ist aber auch Misty Gray, also ein Grauton. Und hier ist Silver Blond, was ja auch nicht bunt ist. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Mir ist aber gerade auch noch was aufgefallen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so gut erkennen könnt. Ich habe euch ja gerade Farben hier gezeigt und habe ja auch gesagt, dass die schlecht dargestellt sind. Also wie mit Paint. Und das unterscheidet sich sogar von den einzelnen Verpackungen her teilweise. Also bei den beiden Verpackungen, da sind die Farben so unterschiedlich. Also selbst auf der Verpackung unterscheiden sich die Farben. Das sieht, wenn man da jetzt mal zum Beispiel Silver Blond hier vergleicht oder Pink, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Pizzas, Papaises, ich habe keine Ahnung. Oder auch bei Coral Blush ganz oben sieht man das gut. Also man weiß letztendlich nicht wirklich, wie die Farben eigentlich aussehen. Das ist sehr, sehr schlecht gemacht. Da würde ich nochmal dran arbeiten. Hier dann nochmal eine Sache zu den Inhaltsstoffen. Ich hatte ja vor kurzem ein Video hochgeladen, wo ich verschiedene Direktziehermarken vorgestellt hatte. Und euch gesagt hatte, warum ich manche Marken lieber verwende als andere. Und da habe ich euch das auch gesagt. Von den Inhaltsstoffen her sind die eigentlich ganz okay. Also keine Direktziehermarke ist perfekt. Da ist immer so ein kleines bisschen Schrott drin. Colorfulion ist noch eine der Marke, wo wenig verhältnismäßig Schrott drin ist. Da sind halt Inhaltsstoffe drin, die die Barrierefunktion der Haut ein bisschen schwächen. Die teilweise das Immunsystem angreifen können und die auch Allergien auslösen können. Also eigentlich wie immer. Aber ansonsten silikontechnisch ist da nichts. Und keine heftigeren Inhaltsstoffe. Also es ist in Ordnung. Ja und von der Anwendung her ist es wie jede andere Direktzieherstöne auch. Einfach auf feuchtem Haar eben anwenden. Wie eine Haarkur quasi dann einziehen lassen. 6-10 Minuten. Dann kann man das wieder auswaschen. Und dann sind die Haare eben bunt. Dann werden wir uns jetzt mal hiermit beschäftigen. Das ist der Pastellizer von Color Freedom. Also ein Produkt, womit man diese Tönungen zu Pastellfarben umwandeln kann sozusagen. Jetzt wisst ihr natürlich aus alleine schon meinen Videos, dass man das ganz so einfach auch mit Spülung, mit Kur oder auch mit Wasser machen kann. Also wenn man die Farben verdünnt, werden sie halt automatisch heller. Deswegen, weil ich das Produkt halt noch gar nicht kannte, habe ich mir mal die Inhaltsstoffe genau angesehen. Und habe mal geschaut, was das Produkt jetzt so ausmacht. Ob das überhaupt notwendig ist. Erstmal habe ich mich natürlich mit den Inhaltsstoffen beschäftigt. Es ist ja oft von direkt ziehenden Marken so, dass die speziell so ein Produkt auf den Markt bringen. Gibt es von Maria Nila ja auch. Das ist dieser, wie heißt der nochmal? White Mix. Das ist im Endeffekt nur eine Kur ohne Pigmente, womit man die halt vermischen kann, die Farbe. Und dann wird die halt pastelliger, was aber eigentlich komplett überflüssig ist. Weil man kann jede exblevige Spülung oder Kur nehmen oder auch Wasser, wenn man möchte. Und ich habe die vage Vermutung, dass das genau so ein Produkt sein könnte. Ich wollte aber mal wissen, was der Kundenservice dazu sagt. Ob er dieses Produkt für unbedingt empfehlenswert hält oder nicht. Da kann ich euch mal vorlesen, was die mir gesagt haben. Der Pastellizer wurde speziell für die Verwendung mit unseren Tönungen entwickelt. Und enthält ebenfalls eine Tiefenpflegeformel mit Sharebutter und Arganöl. Für Anfänger ist die Konsistenz von Tönung und Pastellizer einfacher, angenehmer aufzutragen. Generell kann aber auch eine Spülung verwendet werden. Ich verstehe nicht genau, was die meinen mit für Anfänger ist die Konsistenz von Tönung und Pastellizer einfacher, angenehmer aufzutragen. Weil ich finde, dass der von der Konsistenz so ist wie jede andere Spülung auch. Egal. Nach dem Tönen kann der Pastellizer auch als Kur verwendet werden. Er ist außerdem silikonfrei. Allerdings ist das Produkt nicht so ganz günstig mit ebenfalls 7,99 Euro. Alleine deshalb würde ich schon irgendeine andere Spülung nehmen. Eine Naturkosmetik-Spülung von Alverde zum Beispiel kostet irgendwie 2 Euro oder so. Alleine schon, dass der ziemlich stark nach Parfum riecht, ist für mich richtig eklig. Ich kriege davon totale Kopfschmerzen. Also es ist einfach nur eine reine Pflege, eine Kur. Allerdings finde ich jetzt auch, dass der von den Inhaltsstoffen nicht so super ist. Ich habe mal bei Coachek geguckt, was die dazu sagen. Und da waren schon wieder Inhaltsstoffe drin, die die Barrierefunktion der Haut schwächen, das Immunsystem stören können, die die Atemwege reizen können, die Allergiepotenzial haben. Dann stand noch dabei, Bildung von Nitrosaminen möglich. Nitrosamine sind krebserregend. Ja, ist das für mich inhaltsstofftechnisch nicht so super toll. Und dann auch noch Arschteuer. Meiner Empfehlung nach braucht ihr dieses Produkt nicht. Nehmt einfach irgendeine x-beliebige Spülung. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Einführungsvideo gefallen. Demnächst gibt es dann also mehr zu den einzelnen Farben. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Eure Anregungen, Feedback schon mal, was ihr mir gerne mitteilen möchtet, in die Kommentare. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann demnächst. Also macht's gut. Tschüss.